Willkommen zurück zu Let's Play Pirates of the Caribbean, das Videospiel. So, zweites Level. Tortuga, hoffentlich, beim ersten Versuch dann. Und vielleicht schaffen wir in diesem Part auch schon zwei Level. So. Dort rechts brauchen wir einen starken Charakter. Wir haben Blackbeard. So. Hier vorne kann man was reparieren. Ach super, die beiden haben wir dabei. Kann ja auch irgendwer reparieren. Ja, hier. Ne. Oh, das ist ja alles. Wir haben niemanden dabei, der reparieren kann. Oh doch, hier. Hier, wie hab ich den gerade übersehen? Oh, Kiste. Oder was auch immer das ist. Nehme ich mit. Dann einmal hier hin. Und Schwert. Ich brauch ein Schwert. Hier, Jack Sparrow hat ein Schwert. Und da ist das Minikit. So, kann man hier noch was finden? Ja, den Dreizack. Brauchen wir aber nicht. Dann, was gibt es hier? Hier gibt es nichts. Okay. Blackbeard, du darfst wieder was machen. Also ja. Normal spielen darfst du. Und wir gehen dann mal weiter. Ach nein. Zurück gehen wollte ich nicht. So, dann einmal. Ja, ich geh doch aus dem Weg hier. Dann hier einmal. Ich glaub, da ist Feuerwerk drin, so wie es aussieht. Ja, aber anzünden kann ich dort nichts. Okay, toll. Nein, er. Und so. Und wieder so eine Flagge. Okay, äh. Jack Sparrow darf erstmal gucken, ob es hier was zu finden gibt. Was wir vielleicht noch nicht haben. Okay, das führt dort vorne ins Gebiet. Ja gut, dann gehen wir da jetzt kurz rein. So, auf. Dann hier einmal. Nein, eher hier. Ach, toll. So. Schaufel. Beinahe hatte ich auch eine Schaufel. Hier. Vielleicht sollen wir da einfach mit Feuer drangehen. Gibt es hier eine Fackel? Naja. Ja, aber keine, die ich nehmen kann. Gut, dann müssen wir gleich aus dem anderen Gebiet. Okay, hol dich kurz eine Fackel. Ja, wo ist eine? Hier ist keine Fackel mehr. Ja, ist ja toll. Ach, geh weg. Gut, okay. Kannst du hier aber noch mehr finden. Nein, das nicht. Und das hier führt auch zurück. Okay. Eigentlich können wir ihn hier direkt behalten. Also bei ihm direkt bleiben und dann hier hoch. Und Miniket. So, oh, oh. Na toll. So, was ist denn hier drin? Nichts. Toll. Toll. Ob ich irgendwie in der Beide Feuer mache. Nein, ja gut, dann. Äh, ja. Gut, dann kommen wir da wann anders. Hoffentlich wieder. Dann einmal das hier reparieren. Die Glocken. Läuten dort oben. Immer noch. Und hier brauche ich jetzt den Apfel. Wo ist der? Hier vorne liegt er doch. Okay, wir müssen auch nur noch eine Sache finden. Ah, hier ist die Fackel. So, eins von drei. Dann ist das hier drüben mit zwei von drei. Kann ich damit wegfliegen? Ah, ne. Leider nicht. Aber da kommt Geld raus. Ein Blackbeard. Ein Blackbeard. Ah, hier ist das Letzte. Was soll ich hier? Achso, Schaufel. Hier ist er schon ein paar Mal dran vorbeigehen. Und Nummer fünf von zehn. Dann einmal die Fackel. Nicht dein Schwert, die Fackel. Heiß. Und jetzt geht das Tor zu. Und das Letzte. So, aufwecken brauchen wir den Typen ja nicht. Mr. Gips kann schlafen. Wobei, gibt es hier noch was zu finden? Obwohl, das könnte ja auch drüben angezeigt werden. Ja, okay. Ja, hier gibt es schon noch was zu finden. Aber das haben wir schon. Gut, dann müssen wir da einmal reinkommen. Wie ging das nochmal? Ist hier irgendwas drin, was mir hilft? Nein. Dann gehen wir hier mal weiter. Weg da. Okay, dann... Einmal reparieren. Vielleicht müssen wir ihn ja doch wecken, um weiterzukommen. Ah, nein. Das Teil muss erst hier hin. Dann Wasser. Voll. Und wieder runter damit. Und er ist wach. Aber gebracht hat das jetzt auch nichts. Vielleicht bringt das ja noch was, wenn man das hier... Irgendwie viele haben wir denn? Sechs von zehn erst. Ach stimmt, hier kann man ja runter. Das habe ich auch wieder vergessen. Und hier geht es noch weiter runter. Und wieder hoch. Nein, hoch. So. So. Dann bl... Äh, hier. Er. Nein, er. Ich weiß gar nicht, ob wir beides davon schon gefunden haben. Das ist aber auf jeden Fall. Ja, okay. Die Schaufel auch. Dann geh du da mal weg. Und es geht gleich wieder nach oben. Oder? Der Musik hätte gar nicht angehen müssen. Das war so schnell zu Ende, wie es angefangen hat. So, und jetzt sind wir hier. Und hier kann ich... Ah, ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Nein, aber jetzt haben wir es. Ja, dann können wir die auch mal nehmen. So, äh, sieben von zehn. Okay, hier in diesem Gebiet ist nichts mehr. Ach, falsch. So. Hier hätte es sich doch dran hängen können. So, hier vorne. Oh, jetzt sind wir hier. Aber dann müssen wir nicht nochmal hin. Stopp. Ach, das ist nur für Geld. Das brauche ich nicht mehr aufmachen. Das kriege ich auch so. Bis auf den Zehntausender. Er läuft mir hinterher. Und verlangt immer noch seine Waffe, die er dabei hat. Hier, hier. Du kannst dich selber damit beschenken. Warum geht das nicht? Hier, bitte. Kriegst du die Waffe, die du schon in der Hand hast. Oh, der? Okay. Ja, ohne Waffe zu kämpfen, ist sehr blöd, ne? Da fehlt ja trotzdem noch was. Ja, hier unten, links drin. Wo ist das, was da hinkommt? Wo ist die Kiste? Ich gucke noch mal kurz nach. Warum gucke ich nach? Wir haben hier alles. Wir müssen jetzt nur noch links irgendwie reinkommen. Irgendwie. Nur wie. Ich sehe, wie. Zumindest glaube ich, dass ich sehe, wie es geht. Ja, okay. Das ist richtig, ja. Dann einmal das hier drauf. Und hier rein. Oh, dann sollten wir jetzt gerade neun haben. Ne, wir haben erst sieben. Da fehlen noch Sachen. Okay, wir helfen dem kurz mal. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob danach noch ein anderes Gebiet kommt. Nein. So. Aber eigentlich muss hier noch irgendwo was kommen. Vielleicht sollte ich aber auch doch mal kurz seine Waffe suchen. Ach, ja, gut. So, hier. Dann suchen wir das kurz. Und graben. Wo ist der Typ mit der Schaufel? Hier. So, bitte. Nimm. Ach, zwei Leute wollen die Waffe? Ja, hier. Nimm du. Jetzt hab ich die immer noch. Okay, gut. Jetzt haben wir, jetzt haben, jetzt sind alle glücklich. Nur ich nicht. Da fehlen noch zwei Minikids. Vielleicht geht das hier ja doch noch irgendwo anders hin. Nein. Da ist nichts mehr. Nochmal hier raus. War das hier schon die ganze Zeit offen? Ach so. Hm. Hier unten ist auch nichts mehr. Ja. Ach man, kommt schon, spiel. Ich will das Level hier jetzt abschließen. Da war irgendwo noch ein Tausender, äh Zehntausender. Hier links werden noch zwei Sachen angezeigt. Die letzten zwei. Ja, dort vorne. Okay, so kommt man da irgendwie hin. Nur wo ist... Toll. Nur wo ist das? Okay, mal unter Wasser gucken. Da finde ich nichts. Vielleicht hier irgendwo. Warum wird da so Geld angezeigt. Ich weiß warum. Man kann hier mit rudern. Oder fahren. Hey, nein, was machst du? Wo willst du hin? So, und jetzt sind wir hier drüben. Und hier ist noch ein ganzes Gebiet. Wo ist denn hier der Richtige? Da. Na, nicht runterfallen. So, Minikett Nummer 9 vom 10. Und graben. Achso, hier gibt es noch was. Hab ich nicht gesehen. Und dann bauen wir mal. Ah, okay. Aber dann legen wir uns mal hin. Und machen Urlaub. Okay, dort oben ist nur Geld. Bringt einen das hier einfach nur irgendwo hin wieder zurück. Ich glaube nicht, dass man so hätte rüberfahren sollen, wie ich das gemacht hab. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ja, Aua. Ey. Beschwinde. Wo ist die Fackel hin? Und Kanone. Komm mit. Super. Schön daneben. Ah, okay. So. So. Und so. Ach, da kommen noch mehr. Verdammt. Ich treffe... Okay, nee. Die Schüsse gehen da jetzt auch nur noch durch. Ja. Dann positioniere ich die Kanone mal richtig und dann irgendwo hier. Und getroffen. Und das letzte Minikit. So, zurück zum Hafen. Speichern und verlassen. Und wir bekommen ein neues Schiff. Okay. Gut, aber hier beende ich denn jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. == Manipulation == ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020